MS und Sinne Keine andere Krankheit des Nervensystems tritt in so vielen unterschiedlichen Erscheinungsformen und Verläufen auf wie die Multiple Sklerose. Abhängig davon, welche Bereiche im Gehirn und Rückenmark von den entzündlichen Veränderungen betroffen sind, können bei der Multiple Sklerose ganz unterschiedliche Symptome wie Sehschwäche, Taubheitsgefühl in den Extremitäten oder auch Gangunsicherheiten auftreten. Die Beschwerden sind bei jedem Betroffenen unterschiedlich stark ausgeprägt. Sehstörungen Sehstörungen sind ein häufiges Symptom bei Multiple Sklerose. Bei etwa drei Viertel aller Menschen mit Multiple Sklerose machen sich diese im Verlauf der Erkrankung bemerkbar. Die Sehfähigkeit kann dabei auf verschiedene Weise beeinträchtigt sein, je nachdem, welches System der Sehbahn an Mitleidenschaft gezogen ist. Am häufigsten versor sagt eine Entzündung des Sehnervs die Sehstörungen. Mediziner sprechen von einer Optikus- oder Retrobolpernritis. Zumeist ist nur ein Sehnerv und somit ein Auge betroffen. Häufig stellt der Betroffene fest, dass er auf einem Auge nicht mehr so gut sieht wie auf dem anderen. Typisch hinzu kommt das Gefühl, wie durch einen Schleier zu sehen. Ebenso können verschwommen sehen und eine verminderte Farbwahrnehmung auftreten. Darüber hinaus berichten manche Patienten, dass sie helles Licht sowie eventuell auch Bildschirmarbeit als unangenehm empfinden. Etwa zwei Drittel der Betroffenen klagen über Schmerzen im Auge. Sie verspüren Eindruckgefühl oder zehende Schmerzen in der Augenhüll. Die Sehstörungen treten in der Regel schubweise auf und nach ein paar Wochen normalisiert sich die Sehkraft wieder. Plus mehr zur Therapie der multiplen Sklerose plus ein weiterer Grund für Sehstörungen, die sich in Form von Doppelbildern äußern, sind Veränderungen an den Hirnefenkernen oder deren Nervenbahnen, die die Augenmuskeln koordinieren. In der Folge kommt es zu Doppelbildern, im Fach Jahr Gondiplopie genannt. Wie bei den anderen Sehstörungen bei MS verschwindet auch das Doppelzehen in der Regel von alleine wieder. Es kann bei Betroffenen auch zu unwillkürlichen Augenbewegungen, Nystagmus, kommen. Diese werden ebenfalls durch eine Koordinationsstörung und Schwäche der Augenmuskeln verursacht, zugrunde liegt meist ein Entzündungsherd im Hirnstamm. Ein leichter Nystagmus, Augenzittern, wird bei MS-Betroffenen oft beobachtet, er ist aber im täglichen Leben in der Regel nicht störend und führt nicht zu Sehstörungen.